Der Log Analytics Workspace ist der Fokus in diesem Video. Um was geht es? Ich möchte mit Ihnen folgendes Szenario aufbauen. Zuerst erstellen wir einen Key Vault. Dann erstellen wir ein Storage Account. Selbstverständlich erstellen wir einen Log Analytics Workspace. Warum diese Komponenten? Ich möchte den Log Analytics Workspace dazu verwenden, dass wenn mit dem Key Vault gearbeitet wird, dass diese Meldungen im Log Analytics Workspace abgelegt werden. Wir brauchen dazu auch einen Storage Account, weil wir möchten ja diese Events, die wir im Log Analytics Workspace ablegen, die möchten wir ja speichern. Der Log Analytics Workspace arbeitet im Hintergrund mit einem Storage Account. Lassen Sie uns all diese Komponenten konfigurieren. Aber nein, nicht im Portal, sondern mit der PowerShell. Ich habe das Skript bereits vorbereitet. Zuerst einmal Linie 1 und 2. Die räumen den blauen Bildschirminhalt etwas auf. Dann, wenn Sie das notwendige Modul noch nicht installiert haben, hilft Ihnen die Linie 4. Anschliessend erstellen wir einige Variablen. Ich brauche ein Präfix. Ich verwende als Präfix TW. Dann die Location ist WestEurope und dann eine zufallsgenerierte Zahl mit dem Commandlet getrandom. Diese Zahl legen wir in der Variablen $ID ab. Ich werde dann zu einem späteren Zeitpunkt die Variable $Präfix und die Variable $ID verwenden, um eindeutige Namen zu generieren. Einige Ressourcen im Azure Portal benötigen unbedingt einen eindeutigen Namen. Lassen Sie uns diese Variablen erstellen. Ich markiere die Zeile 7 bis und mit 11 und führe diese aus. Und die Variablen sind erstellt. Jetzt müssen wir uns mit dem Azure Portal verbinden. Die Zeile 14 hilft uns dabei. Ich werde die Anmeldung schnell durchführen. Das ist keine grosse Sache. Zuerst einmal das Konto. Dann das Kennwort. Und dann noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Und das werde ich gleich jetzt machen. Und die Anmeldung sollte abgeschlossen sein. Und sie ist es. Wir sehen auch die Ausgabe, mit welcher Subscription ich jetzt arbeite. MSTN Platforms. Wenn Sie nicht wissen, wie viele Subscriptions Ihnen zur Verfügung stehen, verwenden Sie einfach das Commandlet GetAC Subscription. Nur das Commandlet markieren, dieses ausführen und Sie erhalten die Auflistung. Und wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie tatsächlich mit der richtigen Subscription arbeiten, verwenden Sie GetAC Subscription. Sie geben den Subscription Name mit, in meinem Fall MSTN Platforms, lenken das Resultat um mit dem Pipe-Symbol in SelectAC Subscription. Ich setze den Cursor auf die Zeile 17. Und jetzt habe ich gewährleistet, dass ich tatsächlich mit der Subscription MSTN Platforms arbeite. Jetzt brauchen wir eine Ressourcengruppe für den Key Vault, den wir gleich später erstellen werden. Wir verwenden dazu New AC Resource Group. Dann der Name ist $prefix, Bindestrich Key, Bindestrich Volt, Bindestrich Dollar ID. Mit dieser Kombination ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir einen eindeutigen Namen generieren. Ist allerdings für die Ressourcengruppe jetzt nicht so zentral wichtig. Dann geben wir die Location mit, mit der Variablen Dollar Location. Und diese Informationen legen wir ab in der Variablen Dollar Key Vault Group. Ich setze den Cursor auf die Zeile 20, führe diese aus und die Ressourcengruppe ist erstellt. Jetzt erstellen wir einen Key Vault. Zuerst erstellen wir eine Variable mit dem Namen $Key Vault Parameters. Ich arbeite hier mit einer Hashtable. Das erlaubt es mir, die Informationen untereinander aufzubauen, anstelle von einem langen PowerShell One-Liner. Wir brauchen einen Namen, $prefix, Bindestrich Key, Bindestrich Volt, $ID. Dann die Ressourcengruppe geben wir mit, mit der Variablen $Key Vault Group, Punkt, Resource Group Name. Darin enthalten ist der Name der Ressourcengruppe. Dann die Location und die Skew ist Standard. Beim Key Vault gibt es zwei Skews, Standard und Premium. Wenn Sie mit einem Hardware-Modul arbeiten wollen, dann brauchen Sie Premium. In meinem Fall ist Standard ausreichend. Ich markiere die Zeile 23 bis und mit 28, führe diese aus und nun erstellen wir den eigentlichen Key Vault mit der Linie 30. New AC Key Vault, wir geben die Parameters mit, mit Add Key Vault Parameters und diese Information legen wir wieder ab in der Variablen $Key Vault. Ich setze den Cursor auf die Zeile 30, führe diese aus und nun dauert es einen kurzen Moment, bis dieser Key Vault erstellt ist. Sie sehen auch unten, der Cursor blinkt. Sobald der Cursor zurückkommt, wissen wir, dass der Key Vault erstellt ist. Wenn Sie bereits einen Key Vault im Einsatz haben und keinen neuen erstellen wollen, können Sie mit der Zeile 33 arbeiten. Sie müssen dann hier den Namen des Key Vaults einsetzen und Sie müssen hier den Namen der Ressourcengruppe einsetzen. Dann brauchen Sie keinen Key Vault zu erstellen. Ich warte nun, bis der Cursor zurück ist, damit wir weiterarbeiten können. Und jetzt sehen Sie, der Cursor ist zurück, bzw. der Prompt ist wieder da und wir können weiterarbeiten. Jetzt erstellen wir einen Storage Account für die Logs und Metrics. Auch da arbeite ich wieder mit einer Hashtable, damit ich die Informationen untereinander aufbauen kann. Wir erstellen eine Variable, die heisst $StorageAccountParameters. Wir brauchen die Ressourcengruppe. Wir geben hier mit $Key Vault.ResourceGroup den Namen mit. Dann erstellen wir einen eindeutigen Namen für unseren Storage Account. Dann der Typ ist Standard Underline LRS. Das ist die Replikation, die wir hier bestimmen. Wir könnten auch Geo-Redundant Storage auswählen oder Read Access Geo-Redundant Storage. Aber Standard LRS ist da ausreichend. LRS steht für Local Redundant Storage. Dann geben wir die Location mit, mit der Variablen $Location. Ich markiere die Zeile 36 bis und mit 42, führe diese aus. Und nun ist die Variable erstellt. Und nun erstellen wir den eigentlichen Storage Account mit New. AC Storage Account. Wir geben die Variable mit, mit Add Storage Account Parameters. Und diese Informationen legen wir wieder ab in einer neuen Variable, die heisst $SA. Ich setze den Cursor auf die Zeile 43, führe diese aus. Auch da dauert es nun ein paar Sekunden, bis dieser Storage Account erstellt ist. Und wenn dann der Storage Account erstellt ist, können wir direkt weiterarbeiten. Es geht dann nämlich zum Erstellen des Log Analytics Workspace. Dazu beginnen wir mit der Zeile 46. $Log Analytics Parameters. Wir brauchen wieder Parameter. Wir arbeiten wiederum mit einer Hashtable, damit wir die Informationen untereinander aufbauen können. Wir brauchen wieder den Namen der Ressourcengruppe. Wir brauchen einen eindeutigen Namen für den Log Analytics Workspace. Sie kennen nun den Aufbau. Wir geben die Location mit und auch die Skew geben wir mit, ist Standard. Der Cursor ist wieder zurück. Das sehen wir unten im blauen Bildschirm. Das heisst, wir können die Zeilen 46 bis und mit 51 markieren. Die Variable ist erstellt. Und jetzt erstellen wir den Workspace mit New AC Operational Insights Workspace. Was für ein Commandlet. Und wir geben die Informationen mit, mit der Variable at Log Analytics Parameters. Und diese Informationen legen wir ab in einer neuen Variable $L an. Ich setze den Cursor auf die Zeile 53 und führe diese aus. Jetzt wird der Log Analytics Workspace erstellt. Und übrigens, wenn Sie sich jetzt gefragt haben, muss ich das ganze Skript abschreiben? Ja, nein, natürlich nicht. Ich werde Ihnen das Skript wie immer auf GitHub zur Verfügung stellen. Öffnen Sie Ihren Browser. Navigieren Sie zum Suchfeld. Geben ein GitHub. Dann führt Sie der zweite Link direkt zum Ziel. Sie geben hier ein Tom Wechsler. Dann unter Users finden Sie mich, Tom Wechsler. Navigieren Sie zum Repository, welches heisst Azure PowerShell Architect. Und in diesem Repository werde ich dann das PowerShell Skript zur Verfügung stellen. Jetzt kennen Sie den Weg, wie Sie das PowerShell Skript erhalten. Nun gut, es geht weiter. Der Log Analytics Workspace ist erstellt. Jetzt fügen wir eine Solution hinzu. Eine Solution ist nichts anderes als ein zusätzliches Paket, um die Informationen besser analysieren zu können. Einmal mehr, wir erstellen eine Variable, die heisst Dollar Solution Parameters. Wir brauchen die Ressourcengruppe. Wir brauchen den Namen des Log Analytics Workspace. Und dann das zusätzliche Paket heisst Key Vault Analytics. Und dieses Paket soll aktiviert sein. Ich markiere die Zeile 56 bis und mit 61, führe diese aus. Und jetzt fügen wir die Solution unserem Log Analytics Workspace zu. Mit Set AC Operational Insights Intelligence Pack. Und dann eben die Variable Add Solution Parameters. Ich setze den Cursor auf die Zeile 64 und führe diese aus. Nun wurde die Solution hinzugefügt. Jetzt müssen wir unseren Key Vault aktualisieren. Und zwar die Diagnostik Settings. Dazu brauchen wir wiederum eine Variable. Dollar Diagnostik Settings. Wir brauchen die Ressource ID von unserem Key Vault. Wir brauchen die Workspace ID von unserem Log Analytics Workspace. Dann die Metric Category ist All Metrics. Dann die Kategorie ist Audit Event. Enabled ist True. Dann brauchen wir die ID von unserem Storage Account. Dann können wir die Retention bestimmen. Diese soll eingeschaltet sein. Und die Retention Days sind 180 Tage. Sehr gut. Wir markieren die Zeile 67 bis und mit 76. Führen diese aus. Und jetzt aktualisieren wir die Diagnostik Settings mit Set AC Diagnostik Settings. Und wir geben unsere Variable mit. Ich setze den Cursor auf die Zeile 78 und führe diese aus. Nun erhalten wir da eine Meldung, dass sich in der Zukunft die Namensgebung ändern wird. Das ist okay. Das können wir ignorieren. Jetzt brauchen wir einige Ereignisse, damit wir später dann auch im Log Analytics Workspace etwas sehen. Sie sehen hier einige Linien. Zuerst einmal brauche ich einen Secure String und ich werde Contoso Secrets konvertieren zu einem Secure String. Dann arbeite ich mit dem Commandlet Add AC Key Vault Key, Get AC Key Vault Key, dann Set AC Key Vault Secret und dann Get AC Key Vault Secret und Remove AC Key Vault Secret. Das sind einfach Linien, um Events zu generieren. Das hat keine spezifische Bedeutung. Ich werde nun diese Zeilen 81 bis und mit 86 markieren und diese ausführen. Das dauert eine Zeit, weil Sie sehen, ich arbeite da mit einer For-Each-Schleife. Ich werde nun diese Zeilen ausführen. Es werden jetzt also einige Events generiert. Das ist auch wichtig so, weil dann können wir im Portal dann das Ganze noch kontrollieren. Das PowerShell-Skript ist nun fertig. Jetzt navigieren wir zum Portal und schauen uns einmal etwas genauer um. Ich verwende die Azure App, navigiere zu den Resource Groups und wir haben die Ressourcengruppe. Mal schauen. Nein, wir haben hier noch das falsche Konto. Das heisst, ich muss mich da schnell anmelden. Ich werde das Konto schnell ändern, damit wir die Informationen sehen können. Ich muss zuerst das Kennwort eintippen. Dann auch wieder die Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Das werde ich gleich jetzt machen. So, bestätigt. Und nun geht es weiter zum Portal mit dem richtigen Konto. Dann sehen wir auch die Informationen. Aha, TW Key Vault 2511. Darin enthalten in dieser Ressourcengruppe TW Key Vault 2511, den Log Analytics Workspace und den Storage Account. Nun müssen wir noch eine Solution hinzufügen, damit wir die Informationen untersuchen können. Navigiere zu All Services oder noch besser zum Marketplace. Wie Sie da vorgehen, ist eigentlich egal. Sie können auch hier suchen, beispielsweise Solutions. Und dann wählen wir eine Solution aus. Und ich suche im Marketplace nach Key Vault Analytics. Diese Solution fügen wir hinzu. Ich wähle diese Solution aus. Und ich wähle Create. Und jetzt können wir unseren Log Analytics Workspace auswählen, den wir eben erstellt haben. Und wählen Create. Nun dauert das einen kurzen Moment, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist. Ich warte, bis das der Fall ist, damit wir gemeinsam weiterfahren können im Azure Portal. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Das sehen wir hier. Jetzt navigieren wir zu unserem Log Analytics Workspace, indem wir hier auf diesen Link klicken. Dann navigieren wir nach unten zu den Solutions. Hier haben wir die Solutions Key Vault Analytics. Wir haben einige Events generiert. Ich wähle da einmal View Summary aus. Dann erhalten wir eine Übersicht. Anschliessend klicke ich auf diesen Chart. Und nun erhalten wir die Details zu diesem Chart. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam um. Und wir sehen, da gab es einige Aktionen. Secret Delete, Key Create, Key Get, Secret Get und nochmals ein Secret Set. Die Events, die ich vorher in der PowerShell erzeugt habe. Sie haben nun das Zusammenspiel kennengelernt. Zwischen der Ressourcengruppe, das ist klar. Und dem Log Analytics Workspace, dem Key Vault, dem Storage Account und dann noch die Solution, die wir zusätzlich hinzugefügt haben. Und dann geht es um den Weg zu 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 den Weg zu